So, holle rö und schönen guten Abend, herzlich willkommen beim Frühstückszeug. Wir holen heute mal so ein bisschen die Woche nach, weil ich leider die Woche ein bisschen flach bin und gehen die letzten drei Tage aus. Na gut, heute habe ich verschlafen. Ähm, wir fangen heute an mit Streetfighter. Ist es überhaupt hell genug? Ich weiß es nicht. Doch, ist eigentlich nur, vielleicht noch ein bisschen heller. So, ähm, kein Metroid und auch kein, kein Megaman, kein Starfox, sondern, oh, ich mache noch eben ein Tweet fertig. Ich scheibe dich. Das war's für heute. So. Hadouken! Hadouken! A Street Fighter wird ne kleine Runde? Hi Oagazi! Ähm... Drei Sterne. Was bedeutet das? Hyperfighting. Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting. Game start. Street Fighter wird ne kleine Runde. Ähm... Danach folgt Pokemon Snap. Ob ich das einfach mal richtig Bock hatte. Und danach kommt noch eine kleine Runde Bioneta 2. Mal wieder gucken, wie das funktioniert, ey. Jesus Kick. Oh je. Ähm... Jaja. Ist okay. Okay. Ah, so. Oh oh. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Ähm... Ja. You win! Wie ging das schon? Wie ging das schon? nicht mehr auf den Kopf, ey. Oh, oh. Ah, shit. Ah, ja, ja. Ha, ha, ha. Es ist natürlich für einen Sumo-Wrestler, der Welt's strongest werden. Wir haben damals auch nur... Äh, ja, ich hab Street Fighter viel gespielt. Aber das NES-Controller ist natürlich noch was anderes. Okay, dann gehen wir beißen. Ronda ist viel zu stark, man. Oh, shit. Boah, Alter. Alter, was ist denn los? Dann nehmen wir halt Honda. Scheinbar ist Honda... Can't you do better than that? Ja, ja, die Schnauze. Ich könnte aber natürlich auch Zsangiev nehmen, ne? Wir nehmen jetzt Honda. Ah, so war das. Uuuuuh. Ha, easy. Wie ging denn sein Flug doch mal? Links, rechts? Links, rechts, rechts, schlagen? Oh, shit. Na, komm doch! Oh. Aie, aie, aie. Oh, God. Hahaha. Tau, okay, oh. Okay. Okay, wir haben den ersten geschafft, immerhin It's natural for a sumo wrestler to become the world's strongest Auf nach Brasilien, ach Branca, Blanca, sorry Wieso ist er in Attacke? Ey, hallo? Fick dich Hey, da Na gut, vielleicht sollten wir einfach mal den normalen Modus spielen und nicht den Hyper-Turbo Vielleicht ist er für Anfänger besser, weil ich bin gerade ein blutiger Anfänger Schön Schön Es ist halt kein Smash, ne? Oh, konnte man nur ergreifen Alter Blanca war mein Liebling, ja meiner damals auch Ich habe auch damals immer nur die Elektro-Attacke gespampt, bis ich damit nur noch besiegt wurde Weil irgendwie jeder damit irgendwie klarkam Au So Nächste Mal, Mimich, ich werde deine Arme brechen Oh, schon wieder Honda Oh, ne, Rio Okay Hallo? Jo Jo, ne, wenigstens ist es nicht perfekt Man hat aber gute Kombos, ey, muss man lassen Ach, komm schon Jaau, mein Kick war locker da durch Seriously? Dieses Spiel macht offiziell keinen Spaß Ja, ja, Schnauze Brauchen wir kurz ein paar Kombos hier Zangief Seite 2 Kombos Punch Lariat Drei Schläge hintereinander Das ist mein... Ah Oh, shit Katzi Katzi, geh weg da, ich sehe nichts Ryu ist auch mal so schnell auf einmal Ja Och Mann, ey Drei Töne 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 Geh meine Katze wieder davor her. Du sollst deiner Doken machen, du Deppi. So, Mann ey, war kein Bug jetzt für die Katze, ja ja genau, ist alles nur die Katze schuld. Ich hab geblockt, Mann! Ah. Ah. Wir kommen langsam aber stetig weit. Ah, jetzt kommt Honda. Ah. 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 War tatsächlich immer ein bisschen cool. Ah. 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 Ah, ah. 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 die werden von kampf zu kampf stärker man ich habe keinen bock mehr auf das spiel wir spielen jetzt pokémon snap reicht mir jetzt aber ich wollte eh nur eine kurze runde spielen wir sind jetzt 20 minuten oder beherrn reicht das man ja dann baue ich mal kurz um hier irgendwo umbaupause